Die Union of European Football Associations ist der Europäische Fußballverband. Er ist eine der sechs Kontinental-Konföderationen des Weltfußballverbandes FIFA und umfasst insgesamt 55 nationale Verbände einzelner Länder und Gebiete, die nicht alle innerhalb der geografischen Grenzen Europas liegen. Die UEFA ist ein im Handelsregister eingetragener Verein im Sinne von Art 60 FF des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Die UEFA wurde am 15. Juni 1954 in Basel im Anschluss an Gespräche der Verbände aus Frankreich, Belgien und Italien gegründet. Laut Gründungsprotokoll waren von 31 Verbänden aus Europa, die der FIFA angehörten, 25 anwesend und zwei weitere ließen sich vertreten. Bis zum 1. Kongress der UEFA im März 1955 waren die übrigen ebenfalls beigetreten, Zusätzlich sollte dort die Türkei aufgenommen werden. Sitz der UEFA war Paris, bis sie 1959 nach Bern umzog. Seit 1995 befindet sich der Verwaltungssitz in Nyon, Schweiz. Organisation Präsident Das Amt des Präsidenten ist derzeit vakant. Die Funktionen des Präsidenten übt gemäß der UEFA-Statuten Angel Maria Villa als höchstrangster Vizepräsident aus, er wird aber von der UEFA ausdrücklich nicht als Interimspräsident betrachtet. Der gewählte Präsident Michael Platini trat am 9. Mai 2016 zurück, nachdem er bereits seit dem 8. Oktober 2015 sein Amt nicht mehr ausüben durfte. Platini war am 26. Januar 2007 mit 27 zu 23 Stimmen gegen den amtierenden Präsidenten Lennart Johannsen erstmals zum neuen UEFA-Präsidenten gewählt worden. Johannson ist der erste Präsident der UEFA, der abgewählt wurde. 2011 und 2015 wurde Platini jeweils im Amt bestätigt. Der UEFA-Präsident ist automatisch Vizepräsident der FIFA. Der Generalsekretär der UEFA ist für die Erledigung des Tagesgeschäfts zuständig. Der Generalsekretär und der Präsident der UEFA werden in ihrer Arbeit durch das Büro des Generalsekretärs unterstützt. Das Exekutivkomitee ist das Aufsichtsgremium der UEFA. Es besteht aus 17 Mitgliedern, dem Präsidenten und 16 weiteren Mitgliedern, von denen jeweils die Hälfte alle zwei Jahre gewählt wird. Die Amtszeit eines Mitglieds beträgt somit vier Jahre. Aus dem Exekutivkomitee werden vier Vizepräsidenten und eine Schatzmeister gewählt. Präsident Vakant Bundesrat für Berufsfußball Vorsitzender Michael Platini Kontroll- und Disziplinarkammer Vorsitzender Thomas Patel Berufungsrat Vorsitzender Petro Thomas Marquez Disziplinarinspektoren Chefinspektor Chris Georgiades Finanzkontrollausschuss für Clubs Vorsitzender Jean L. Lucie de Hene Kommission für Landesverbände Vorsitzender Sines-Etzig Finanzkommission Vorsitzender Marius Levkaritis Schiedsrichterkommission Vorsitzender Pierre-Louis G. Kulina Kommission für Nationalmannschaftswettbewerbe Vorsitzender Rihori Jizurkis Kommission für Klubwettbewerbe Vorsitzender Michael von Prag Kommission für Junioren- und Amateurfußball Vorsitzender Jim Beuys Kommission für Frauenfußball Vorsitzender Karen Espelund Kommission für Futsal und Beachsoccer Vorsitzender Borislav Michailo Hetrick-Kommission Vorsitzender Ellen Hansen Kommission für Entwicklung und technische Unterstützung Vorsitzender Giancarlo Abete Klub-Lizenzierungskommission Vorsitzender Avraham Luzon Kommission für Stadien und Sicherheit Vorsitzender Frantesec Laurinek Medizinische Kommission Vorsitzender Michael Duckel Kommission für den Status und Transfer von Spielern sowie für Spieler und Spielvermittler Vorsitzender Geoff Thompson Kommission für Rechtsfragen Vorsitzender Theo Zwanziger Beratungskommission für Marketingfragen Vorsitzender Sergej Försenko Medienkommission Vorsitzender Vitali Mutko Kommission für Fairplay und soziale Verantwortung Vorsitzender Peter Gillieron Fußballkommission Vorsitzender Mirschel Sandu Europäische Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees Vizepräsidenten Jim Beuys Michel Platini Angel Maria Viag Mitglieder Michel Ducke Senes Eczik Marius Levkaritis Vitali Mutko Theo Zwanziger UE-Verehren-Mitglieder Gerhard Eichner Hans Bangata Egidius Braun Deskasei Gene Funet Fayad Vyacheslav Koloskov Gerhard Meyer Vorfelder Antonio Matarese Josef Maifsud Perav Normdal Gian Giorgio Spies Die UEFA arbeitet seit ihrer Gründung mit drei offiziellen Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch Mitgliedsverbände Der UEFA gehören derzeit 55 Landesverbände an. Das jüngste Mitglied ist Kosovo, dessen Verband am 3. Mai 2016 als Vollmitglied anerkannt wurde. Sternchen-Mitgliedsland liegt vollständig oder zum größten Teil in Asien. Von den 47 Staaten in Europa sind Monaco und die Vatikanstaat keine Mitglieder der UEFA. Feuhr und Gibraltar sind keine unabhängigen Staaten, stellen aber Nationalmannschaften. Das Vereinigte Königreich hat keine eigene Mannschaft, da aus historischen Gründen dessen Landesteile England, Nordirland, Schottland und Wales jeweils eigene Nationalmannschaften stellen. Mit der Aufnahme Gibraltas haben die Ligen des Vereinigten Königreichs und seiner Überseegebiete mittlerweile acht Startplätze für die UEFA Champions League und 13 Startplätze für die UEFA Europa League. 1992 wurde der jugoslawische Verband Futbolski-Savis Jugoslawie in Folge der Jugoslawienkriege und der deshalb verhängten UN-Sanktionen von UEFA-Wettbewerben ausgeschlossen. Als Folge konnte die sportlich qualifizierte Mannschaft Jugoslawiens nicht an der EM-Endrunde 1992 teilnehmen. Für sie rückte die Auswahl Dänemarks nach, die die Europameisterschaft gewinnen sollte. In der Saison 1995 96. nahm mit Roter Stern Belgrad erstmals wieder ein jugoslawischer Verein am UEFA-Pokal teil, die A-Nationalmannschaft. Jugoslawiens startete wieder 1996 in der Qualifikation zur Fußball-WM 1998. Am 1. April 2011 wurde die Mitgliedschaft des Bosnischen Fußballverbandes in beiden Organisationen suspendiert, da dieser die Mitgliedsvoraussetzungen nicht erfüllte. Somit waren die Nationalmannschaft Bosniens sowie alle bosnischen Vereine bis auf weiteres von den internationalen Wettbewerben der UEFA und der FIFA ausgeschlossen. Am 28. Mai 2011 bzw. am 30. Mai 2011 wurde die Suspendierung mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das Saarland war bis 1956 eigenständiges Mitglied und kehrte dann in den DFB zurück. Der Fußballverband der Deutschen Demokratischen Republik war von 1954 bis zu seiner Auflösung am 20. November 1990 Mitglied der UEFA. Noch vor der Wiedervereinigung zog sich die DDR-Nationalmannschaft aus sämtlichen UEFA- und FIFA-Veranstaltungen zurück. Das letzte Spiel einer DDR-Nationalmannschaft fand am 12. September 1990 in Brüssel statt. Gastgeber Belgien verlor mit 0 zu 2. Letztmals qualifizierten sich 1991 92. Vereine über Startplätze der DDR zum UEFA-Cup, gemäß der Fünfjahreswertung von 1989 90. Da die Tschechoslowakei sich im Zuge der Reformen des Ostblocks zum Jahreswechsel 1992 93. in Tschechien und Slowakei aufgespaltet hatte, existiert auch keine gemeinsame Nationalmannschaft mehr. Die beiden neuen Staaten besitzen seit 1994 eigene Verbände. Die Mannschaft der Tschechoslowakei begann 1992 noch die Qualifikationsrunde zur WM 94. Die letzten Spiele der erfolglosen Qualifikation wurden 1993 als Auswahl der Tschechen und Slowaken bestritten. Ab 1954 war für die Sowjetunion die Feder-Azija-Footballer-SSS er Mitglied der UEFA. Die sowjetische Nationalmannschaft gewann die Fußball-Europameisterschaft 1960 und wurde zweimal Olympiasieger. Mit der Auflösung der Sowjetunion Ende 1991 endete auch die Mitgliedschaft der Feder-Azija-Footballer-SSS er in UEFA und FIFA. An ihrer Stelle traten die meisten Mitgliedsverbände der Nachfolgestaaten der Sowjetunion der UEFA bei. An der Endrunde der Fußball-Europameisterschaft 1992 nahm die ehemalige sowjetische Nationalmannschaft als GUS teil. Ebenfalls ab 1954 war für Jugoslawien der Verband Futbolski-Sarvis Jugoslawie Mitglied der UEFA. Dieser Verband ist aber eigentlich kein ehemaliges Mitglied, da der heutige Fußballverband Serbiens Futbolski-Sarvis-Serbier bei der UEFA als unmittelbarer Nachfolger geführt und die vom Jugoslawischen Verband bzw. dessen Vereinen errungenen Erfolge dem Serbischen Verband zugerechnet werden. 1992 bis 1995 war der Jugoslawische Verband infolge des Zerfallsprozesses Jugoslawiens. Der Jugoslawienkriege und der deshalb verhängten Sanktionen der UN von der Teilnahme an Wettbewerben der UEFA ausgeschlossen. Ab 2003 hieß der Verband Futbolski-Sarvis SRBJ-CRNE-Gore. Nach dem Austritt Montenegros aus dem Staatenbund Serbien und Montenegro 2006 und der Gründung des Montenegrinischen Fußballverbandes Futbolski-Sarvis. CRNE-Gore umfasst der Verband nur noch Serbien und heißt entsprechend Futbolski-Sarvis SRBJ. Grönland ist bestrebt, Mitglied der UEFA zu werden. Bis dato scheiterten Bewerbungen daran, dass auf Grönland kein Naturrasenplatz existiert. Allerdings wurde 2006 der Passus gestrichen, der die Existenz eines Naturrasenplatzes erfordert. Allerdings sehen die Statuten Ausnahmemöglichkeiten ausdrücklich vor. Artikel 5 Abs. 2 erlaubt es einem von der UNO anerkannten Staat außerhalb Europas der UEFA beizutreten, wenn er nicht schon Mitglied eines anderen Kontinentalverbandes ist. Auf diesem Weg hat Israel seine Aufnahme in die UEFA erreicht, auch asiatische Nachfolgestaaten der Sowjetunion gehören so der UEFA an. Für die Verbände von Schottland, England, Nordirland, Wales, Gibraltar und die Föhr wurde Artikel 5 außer Kraft gesetzt. Der UEFA-Kongress hat die Möglichkeit, weitere Ausnahmen zuzulassen, falls ein entsprechender Antrag von mindestens zwei Drittel der Mitgliedsverbänden unterstützt wird. Der kurdische Nationale Fußballverband hat sein Interesse an einem UEFA-Beitritt bekundet, aber wenig Aussichten auf Erfolg. Zum einen ist die autonome Region Kurdistan bisher nicht als Nation durch die UNO anerkannt, zum zweiten liegt das Staatsgebiet nicht in Europa. Damit sind beide Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft nach Artikel 5 Abs. 1 der UEFA-Statuten nicht erfüllt. Die Vatikanstadt hat zwar eine eigene Fußballliga und es existiert sogar eine Fußballauswahl der Vatikanstadt, sieht aber von einem Beitritt zu FIFA und UEFA ab, da es kaum genügend Spieler mit vatikanischer Nationalität gibt, um regelmäßig an Turnieren teilnehmen zu können. Außerdem gibt es im gesamten Staatsgebiet keinen einzigen Fußballplatz. Die katalanische Fußballauswahl bestritt ihr erstes Länderspiel 1912. Bisher wurde die Aufnahme in die UEFA abgelehnt. Wettbewerbe Die UEFA ist Ausrichter zahlreicher Wettbewerbe, an denen die Nationalmannschaften oder Vereinsmannschaften ihrer Mitgliedsverbände teilnehmen. Zusätzlich organisiert die UEFA die Qualifikationsrunde der Europazone für die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Wettbewerbe im Einzelnen U17-Teams ausgerichtet gemeinsam mit dem Afrikanischen Kontinentalverband CAF. Futsal-Europameisterschaft Für Vereinsmannschaften UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Super Cup UEFA Women's Champions League UEFA Youth League UEFA Futsal Cup Eingestellte Wettbewerbe Europa-Pokal der Pokalsieger UEFA Intertoto Cup WM-Teilnehmer Männer 1930 Belgien, Frankreich, Jugoslawien, Rumänien 1934 Belgien, Deutsches Reich, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechoslowakei, Ungarn 1938 Belgien, Deutsches Reich, Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Schweden, Schweiz, Tschechoslowakei, Ungarn 1950 Belgien, England, Frankreich, Italien, Jugoslawien, Schweden, Schweiz, Spanien 1954 BR Deutschland, England, Italien, Jugoslawien, Österreich, Schottland, Schweiz, Tschechoslowakei, Türkei, Ungarn 1958 BR Deutschland, England, Frankreich, Jugoslawien, Nordirland, Österreich, Schottland, Schweden, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ungarn, Wales 1962 BR Deutschland, Bulgarien, England, Italien, Jugoslawien, Schweiz, Sowjetunion, Spanien, Tschechoslowakei, Ungarn 1966 BR Deutschland, Bulgarien, England, Frankreich, Italien, Portugal, Schweiz, Sowjetunion, Spanien, Ungarn 1970 Belgien, BR Deutschland, Bulgarien, England, Italien, Rumänien, Schweden, Sowjetunion, Tschechoslowakei 1974 BR Deutschland, Bulgarien, DDR, Italien, Jugoslawien, Niederlande, Polen, Schottland, Schweden 1978 BR Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Schottland, Schweden, Spanien, Ungarn 1982 Belgien, BR Deutschland, England, Frankreich, Italien, Jugoslawien, Nordirland, Österreich, Polen, Schottland, Schweden, Sowjetunion, Spanien Tschechoslowakei, Ungarn 1986 Belgien, BR Deutschland, Bulgarien, Dänemark, England, Frankreich, Italien, Nordirland, Polen, Portugal, Schottland, Sowjetunion, Spanien, Ungarn 1990 Belgien, BR Deutschland, England, Irland, Italien, Jugoslawien, Niederlande, Österreich, Rumänien, Schottland, Schweden, Schweiz, Spanien Tschechoslowakei 1994 Belgien, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien 1998 Belgien, BR Jugoslawien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Kroatien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Rumänien, Schottland, Spanien 2002 Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Irland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Slowenien, Spanien Türkei 2006 Deutschland, England, Frankreich, Italien, Kroatien, Niederlande, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Spanien Tschechien, Ukraine 2010 Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Portugal, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien Tschechien 2014 Belgien, Bosnien, Herzegowina, Deutschland, England, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Niederlande, Portugal, Russland, Schweiz, Spanien Frauen 1991 Dänemark, Deutschland, Italien, Norwegen, Schweden 1995 Dänemark, Deutschland, England, Norwegen, Schweden 1999 Dänemark, Deutschland, Italien, Norwegen, Russland, Schweden 2003 2003 Deutschland, Frankreich, Norwegen, Russland, Schweden 2007 Dänemark, Deutschland, England, Norwegen, Schweden 2011 Deutschland, England, Frankreich, Norwegen, Schweden 2015 2015 Deutschland, England, Frankreich, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien Anmerkungen Benefizspiele Die UEFA veranstaltet im Rahmen der WorldXI in unregelmäßigen Abständen Benefizspiele mit der europäischen Fußballauswahl gegen die bereits öfter die Fußballweltauswahl angetreten ist, zuletzt 2005 und 2007 Siehe auch UEFA Fünfjahreswertung